Herzlich Willkommen bei Mika Caravan in Dingesburg. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid und ja, ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen, vollkommen richtig. Warum? Ja, was soll man dazu sagen? Unheimlich viel Arbeit, viel Arbeit, aufgezwungene Arbeit, nicht unbedingt freiwillige Arbeit, Arbeit, die man sich eigentlich im Leben ersparen möchte, aber es ist natürlich so, dass in Deutschland aktuell ein Riesenproblem durch die Länder zieht. Fachkräftemangel ist das Stichwort. Es ist ein katastrophaler Zustand, auch was uns betrifft, nicht nur persönlich in der Werkstatt, sondern auch andere Beispiele wie, da schmeißt uns einfach mal unser Steuerberater aus dem Programm, weil er Fachkräftemangel hat. Also sprich, er hat kein Personal mehr, weil seine Mitarbeiterin schwanger worden ist, eine andere hat ihn verlassen und schon kann er seine Kundennummer bewältigen und muss dementsprechend Kündigung aussprechen. Und da hat es auch uns betroffen. Das heißt, ich musste mich nach einem neuen Steuerberater umschauen, der muss sich neu einlesen in die ganze Firmenthematik. So ganz glitzeklein sind wir ja dann auch nicht mehr. Also das ist ein bisschen Arbeit, auch für uns. Riesenformularwust, neu ausfüllen, erst einmal einen Steuerberater finden, der einem dann dementsprechend das Ganze so übernimmt. Und dann heißt es aber auch für uns wieder komplett neue Systeme in Lohnabrechnung, in Datenübermittlung und, und, und. Ein riesen heilloser Aufwand, ein Termin jagt der nächste und das ist echt zeitraubend. Somit habe ich die letzten Wochen verbracht. Inklusive natürlich unserer neuen Mitarbeiter, die alle neu eingearbeitet werden müssen, damit man einen gewissen Standard pflegt und hält. Und das frisst unheimlich viel, viel, viel Energie. Das ist echt Wahnsinn. Und auch wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Und auch das gestaltet sich immer schwierig. Also das ist gar nicht so einfach. Kollegen von uns kenne ich, der auch Wohnmobile macht. Der hat sich Mitarbeiter aus dem Ausland geholt. Auch eine riesen Tortur, bis er in Deutschland dann dem eigentlich für die Leute die Arbeitsgenehmigung in der Hand hatte und dementsprechend auch wirklich loslegen kann. Also ich kann euch sagen, was hier gerade auf dem Markt passiert, also nicht nur auf dem Wohnmobilmarkt, das hat damit gar nichts zu tun, sondern auf dem Arbeitsmarkt. Mir wird es Himmelangst von den nächsten fünf bis zehn Jahren, weil ja, ich weiß nicht, wie das so weitergeht. Also die Zeiten waren richtig deftig. Auch was die Unruhen so ein bisschen betrifft in dem Markt. Also es ist schon, ja, das ganz ohne. Und für mich bedeutet das natürlich, für uns alle bedeutet das natürlich einen wahnsinnigen Aufwand, weil alles, was du in die Hand nimmst, musst du fünfmal in die Hand nehmen, musst du noch intensiver in die Hand nehmen. Und das ist schon ein Wahnsinn. Ja, zuzüglich kommt natürlich auch hier ein bisschen Platzveränderung. Ich habe mein Büro verändert. Ich bin hier hochgezogen in die Empore. Da nehme ich euch gleich mal auf die Hand und zeige euch, wo ich jetzt letztlich sitze, wo ich arbeite. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal noch mal kurz in die Werkstatt. Auch da habe ich wieder ein Schmuckstück, ein tolles Fahrzeug, wo alles Mögliche verbaut kriegt, hat und andere Fahrzeuge, die nur mittendrin sind. Ja, und das schauen wir uns jetzt einfach mal miteinander an und gucken, wie da der Stand der Dinge ist. Jedenfalls bin ich wieder dabei. Es heißt, es kommen wieder regelmäßige Videos, ganz klar. Nur seid man nervös, auch diese Videos nehmen natürlich Zeit in Anspruch. Nicht gejammert, Gottes Willen, aber so ein Video machen, mal kurz aufzeichnen, schneiden, taken und so weiter. Dann dementsprechend einstellen, Kommentare beantworten, weil da wäre ja dann auch von euch immer gerügt, wenn ich nur einen Daumen nach oben verteile, aber dementsprechend Antworten nicht gebe. Also auch da bitte ich ein bisschen um Nachsicht. Ich habe nur 12, 13, 14 Stunden Arbeitszeit. Auch ich habe ein bisschen Recht auf oder möchte auch ein bisschen Freizeit noch haben. Und da ist es halt immer nicht ganz einfach, alles auf einmal zu bewerkstelligen. Aber nicht gejammert, sondern nur festgestellt. Und jedenfalls jetzt schauen wir uns mal ein bisschen hoch. So, ich habe mich nach hier oben verzogen. Früher war das hier so ein kleiner Lagerplatz. Das haben wir jetzt ein bisschen verändert. Das wird natürlich auch noch gestrichen. Da haben wir aber jetzt unser Büro aufgebaut. Jetzt gehen wir mal miteinander hoch. Hier sitze ich und die Selina, meine Assistentin. Warum sitzen wir hier oben? Ganz einfach, weil im Büro, da gehen wir dann auch noch mal gleich rein, haben wir natürlich auch noch einen anderen Platz geschaffen, weil wir da auch noch ein bisschen mehr Arbeitsplatz brauchten. Also ihr seht, hier haben wir schon ein bisschen Platz. Da ist einmal Selina, die sitzt hier zur rechten. Mein Chaos-Schreibtisch ist hier, der permanent voll ist und natürlich ein Haufen Zeug drauf liegt, wo bearbeitet wird. Und ja, das birgt natürlich immer jede Menge zu tun. Im Sommer ist es hier schön warm, im Winter ist es hier schön kalt. Wir haben uns aber trotzdem entschlossen, hier oben uns niederzulassen, weil wir unten einfach nur einen Platz schaffen mussten für Päckchen packen, für Lagerware und auch für Mitarbeiter von mir. Der Werkstattleiter braucht ab und zu einen PC, muss da unten natürlich nachgucken, muss recherchieren, muss arbeiten, muss Dokumente ausfüllen. Auch der hat einen Platz braucht. Und darum habe ich mich mit der Selina hier nach oben verzogen. Hier können wir so ein bisschen in Ruhe unsere Sachen machen. Natürlich meine Angebote ausarbeiten. Die ganzen E-Mails, wie schon angedeutet, wo man natürlich hat mit Steuerberater und weiß der Teufel, was alles hier bewerkstelligt werden muss. Was wir natürlich alles von hier oben machen. Hier hinten habe ich einen kleinen Schreibtisch. Das wird alles nur meine kleine Versuchsecke, wo ich so ein bisschen meine Sachen probieren kann, wenn ich da mal so eine verrückte Idee habe, um dass man da auch ein bisschen weg ist vom Schuss. Unter anderem kann ich da natürlich in die Werkstatt runtergucken. Nehmen wir euch ja mal auf die Hand. Voilà. Und habe hier natürlich immer einen Aussicht gleich hier unten in die Werkstatt, wo ich meine Mitarbeiter sehe, wo wir auch sehen, welche Autos immer gleich herinstehen und wir da immer ganz aktuell auf dem Stand sind. So, hier sind wir in unserem bekannten Büro. Da sitzt die Katja, ganz klar, hier in der Eingangssituation, dass sie natürlich gleich beim Kunden ist. Hier hinten sitzt unser Nathalie, wenn sie da ist. Da sitzt unser Nicole, die Auftragsbearbeitung. Und hier haben wir jetzt, da wo ich früher gesessen war, einen Schreibtisch geschaffen, wo meine Werkstattleiter sitzt. Und hier hinten haben wir ein bisschen Regal für die bestellte Ware. Das wird noch ein bisschen umgeräumt. Das wird noch ein bisschen schick gemacht. Da kommen dann auch noch eben so ein paar Sachen, Bestellware und so weiter hin. Das wird alles entsprechend nach und nach dann umgebaut. Das hier ist eine besonders schöne Ecke. Das ist nämlich eine WCS, Gefriertruhe. Ich nenne es jetzt Kühltruhe, Gefriertruhe, Kompressor, Box. Was ist da drin? Bei dem Wetter natürlich für unsere Mitarbeiter immer ein leckeres Eis. Wir gucken, dass das Ding immer gefüllt ist, damit unsere Mitarbeiter auch wirklich immer so ein bisschen mit Eis versorgt sind und dementsprechend da auch mal reinlangen dürfen. Ja, hier haben wir jetzt ein wunderschönes Fahrzeug. Was hat der alles gekriegt? Hier haben wir mal so eine kleine Aufstellung, was das Fahrzeug alles gekriegt. Ich lese euch einmal kurz vor. Der hat natürlich Akkus bekommen, zweimal 155 Amperestunden, dreimal 130 Watt Peak Solar hat er bekommen. Eine Klimaanlage hat er bekommen, genauso wie einen Wechselrichter, einen Ladebooster, eine High-4-Hubstützenanlage und eine Luftfederung hinten. Das alles haben wir in das Auto eingebaut. Also echt fett. Wenn wir hier mal runter gucken. Ich weiß nicht, hoffentlich kriege ich es drauf. Ah, nee, sieht man jetzt hier unten nicht so. Die sind alle nach oben versteckt. Ach, hier sehen wir es. Da sind die Teller montiert, hier von der Hubstützenanlage, die hier sauber montiert ist. Die Luftfederung ist montiert. Also hier ist wieder einiges gemacht worden. Also da haben wir wieder richtig fett eingebaut. Mobilwetter, richtig schönes Fahrzeug, wo einiges bekommen hat. Also ihr seht, wir machen auch richtig schöne Autos. Und dann haben wir auf der Seite einen Profilia stehen. Der kriegt auch richtig was. Lahmanlage hat er gekriegt. Ist vorne noch teilweise zerlegt. Und hier steht schon wieder der nächste Kompakt. Also auch der kriegt wieder volle Hütte. Also da ist richtig was los. Hier müssen wir wieder reingucken. Da sind dann die Sitze verbaut. Dementsprechend, da sehen wir wieder, wie die ganze Elektrik ist, wo wir ran sind. Also das ist schon immer ein riesen Spaß. Hier kriegt er einen Ladebooster von WCS haben wir hier verbaut. Also ihr seht, da ist immer was los. Und schaut euch das an. Das ist ein Wust. Wahnsinn, gell? Also das ist richtig heftig, was da drin ist. Bei dem Fahrzeug, Adria, der kriegt einen, der kriegt Lithium-Akkus. Und die werden unter dem Sitz verbaut. Und dann kriegt er noch einen Spannungswandler. Dementsprechend mit 2000 Watt. Dann verbauen wir hier noch die Airtune-Filter. Die der Kunde natürlich unbedingt möchte. Ein ganz tolles Produkt. Hat natürlich den Vorteil, dass die Luft dementsprechend schön rein und sauber ist. Ein paar hat er schon selber eingebaut. Die restlichen bauen wir für ihn ein. Also auch hier bei dem Fahrzeug wird er jede Menge zu tun. Draußen haben wir dann schon wieder neue Fahrzeuge stehen. Aber da geht es wieder richtig zur Sache. Also es ist hier immer was los. Haben volles Haus. Richtig gut zu tun. Glissanas verbauen wir unheimlich viel. Da machen wir demnächst ein Spezialvideo über die ganzen Neuigkeiten von Glissana. Da gibt es nämlich bald eine kleine Neuigkeit, die da rauskommt. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, so ist hier immer volle Werkstatt und unheimlich viel organisationsmäßig zu tun. Und ja, sind wir jedenfalls gut dabei. Jo, das war mal ein kurzer Überblick über das, was wir aktuell alles hier stehen haben, was wir aktuell hier tun. Natürlich will ich jetzt nicht wieder was versprechen. Es gibt mehr Videos oder sonstiges. Ich versuche so viel wie möglich zu machen. Sollen ja auch interessante Themen sein. Und da haben wir auch schon wieder ein paar Dinge ausgesucht. Aber ich brauche halt immer die Zeit dazu, das zu tun. Ich jedenfalls versuche, verspreche ich euch wieder dran zu bleiben, regelmäßig ein Video auf die Reihe zu bringen und euch mitzunehmen in die herrliche Wohnmobilwelt. Gibt unheimlich viel zu tun. Auch haben wir ein paar Sachen im Petto, wo ganz interessant sein werden. Gerade Toilettenthema ist richtig interessant. Es gibt noch andere Themen, wo richtig wichtig sind und wo richtig viel passiert. Und ich freue mich jedenfalls drauf, euch mitzunehmen bei der ganzen Geschichte. Und sage schon mal ganz, ganz lieben Dank fürs Einschalten. Und bleibt mir treu. Und ich verspreche euch auch wieder, dementsprechend Content und Videos zu liefern. Habt ein bisschen Nachsicht mit den Kommentaren. Ich komme zeittechnisch nicht immer ganz so dazu. Ist natürlich auch, mache ich zu viele Videos. Dann kommt der eine oder andere und sagt, warum machst du so viele Videos, hast keine Termine. Mache ich zu wenig Videos, heißt, warum gibt es keine Videos mehr. Leute, ist immer alles ein bisschen anstrengend. Man muss halt immer den Mittelweg finden. Wir machen die Videos, weil ich euch auf die Reise mitnehmen möchte. Weil ich euch zeigen möchte, was alles möglich ist in den Wohnmobilen. Was alles technisch machbar ist. Und da nehmen wir euch auf alle Fälle mit. Wir haben jetzt auch noch einen neuen Panner gemacht. Also den zeige ich euch jetzt nur ganz zum Schluss. Ich sage schon mal, auf Wiedersehen. Bleibt gesund. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich drauf. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich genauso wie über ein Abo. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf. Alles Gute. Euer Micha. Ich liebe mich auch einfach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017